Hallo, mein Name ist Selina Genstürk und ich bin der Emra Kaya. Wir sind heute zum zweiten Mal hier. Also man muss sagen, man kommt hier rein, Fieber wird gemessen, Hände desinfizieren, man kriegt so Stülpen quasi über die Schuhe, muss man sich anziehen. Ich habe heute meine Kronen bekommen, ich bin glücklich, ich kann wieder lachen. Und also man wird hier wirklich betreut von A bis Z, super wirklich. Und das Gute ist einfach, hier riecht es nicht nach Zahnarzt. Es riecht wirklich einfach ganz normal wie ein Nebengebäude, nicht nach Zahnarzt, so super. Die Mitarbeiter, alle sind freundlich, man wird herzlich empfangen. Ja, ich bin glücklich.